Jetzt fährt man hier runter. Das ist sozusagen die Abfahrt. Jetzt fährt man einen anderen Weg, der ist noch steiler eigentlich. Das ist erstmal flach. So, oben ist irgendwie so eine rame Regen. So, und jetzt fährt man hier, schwer zu finden, ist diese Abkürzung. Jetzt fährt man hier sozusagen erstmals nichts. Am Anfang, bevor man das kennt, fährt man ja dauernd vorbei. Jetzt geht es runter. Das Poeto. Jetzt fährt man durch die Bananenplantage wieder runter. Ich weiß nicht, ob das mit den Videos rüberkommt. Ich hoffe, ich bin hier dran. Ich bin hier dran. Riecht man schon richtig Druck auf dem Horn? Die armen Kinder, die hier langlaufen müssen. Gefährlich. Jetzt kommt man schon eine bessere Gegend. Und das ist der Lohrö-Park, wenn der gerade rausfährt, landet man im Haus. Jetzt darf man nicht so oft bremsen. Die Bremsen hier sehr leicht heiß werden. Das wird schon mal passiert, sonst haben sie nicht mehr gebremst. Ich musste die Handbremse ziehen, mit voller Kraft. Hier sind wir hinter dem Lohrö-Park. Hier gehe ich oft abends spazieren. Da steht natürlich kein einziges Auto hier. Das sind alles Gäste vom Lohrö-Park. Der Park ist auf der Rückseite. Das ist auch alles so Mietwagen. Die Baubranche ist zwar am Boden, sagt man, aber trotzdem wird hier noch gebaut. Und jetzt sind wir wieder in meiner Straße. Jetzt werde ich schnell nochmal in die Garage bringen gehen. Dann landen wir zurück an der 15-Li-Darage.